und ich kann nicht warten, so wir können uns anbieten. Ich bin ein bisschen unimpressed mit dem Anti-Social-Passion. Ich bin ein kurzer... Komm her, du hässige Bitch. 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 Gut, bei drei, ok? Hallo? Sieht super. Wo kommt ihr denn alle her? Wo kommt ihr denn alle her? Ja. Gut, ja. Pernos ist super. Oh, cool davon. Aber ungewollt, dass ich jetzt soweit von der Falle. Ja, das braucht kein Mensch erstmal, ja? Boah, hey, Mischachs sind immer so anstrengend, ja? Sie sind immer so flertig. Ohhhh. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Darf ich mal wieder? Aber ich habe... Uff, wie schaut da mal aus? Wie konnte ich den immer zu Favoriten setzen? Wieso? Oh, achso. Wie konnte ich generell erstmal die Favoritenliste aufzählen lassen? Ist egal. Jedenfalls kann ich jetzt wieder fliegen. Wunderbar. Gut, hätte ich kaum sehen können. Scheinbar ist ins Baunein, ja? Dort ist heute die Scheiße. Na, komm, wir kaufen mal ein Päckchen. Nein. Ähm. Ich habe jetzt nichts mehr Leben als 4 eigentlich. Oh, schade. Ich muss jetzt gerade nach 10, wie viel lebt ihr. Aber nicht mehr als 4. Ähm. Und irgendwie ein Exile herzen wir auch gut. Mache ich mir noch mal ein Eisenspferd. Na du. Bestürf das hier. Dann habe ich zwei Eisenspferd. Komm mit runter. Ne, ne. Wie ist das jetzt so ein Skeletter? Ich hätte es mir doch drossig machen sollen. Fällt mir gerade auf und bin einfach zu voll hoch zu gehen. Na du. Ohne Boden. Wo ist denn jetzt Lindowitch? Ich frage mich aber wo ich. Aber. Ich wundere mich zwar generell über sehr viele Sachen. Sieht interessant aus. Ich müsste Tatsache erstmal irgendwie hier das abbauen. Müsste mal mehr auf der Minimap achten. Weil dann kann ich ja. Dann kann ich ja eigentlich äh. Besser sehen. Dens Ohr. Haben wir Dens Ohr drauf? Dens Ohr haben wir auch drauf. Ah geil. Dens Ohr. Sehr sehr schön. Dens Ohr haben wir ja auch noch drauf. Dens Ohr. 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 Wenn ich die leise stelle damned nie mehr구 Also hier dann musste ich die Nachbar arbeiten. und... Anstrengend. Hallo... Sieht ja aus gut. Och nee... Ich müsste erst mal eins machen. Warte mal. Erstmal muss ich mich aufräumen. Und zwar einmal remove und remove. Wunderbar. Dann kann ich erst mal hier das Eisen abbauen. Denn... Hey! Setz mich nicht zurück. Liegt daran, weil meine RAM ein bisschen hart ausgelastet ist. Habe 4 GB zugewiesen. Jogte nicht. Interessant. Das heißt, der braucht tatsächlich ein bisschen mehr RAM. Ich habe nur 8 GB, deswegen... Kann ich glaube ich erst machen, weil ich nicht mehr RAM habe oder... Und einen Mod rausschmeißen. Denk zum Beispiel jetzt nicht so unbedingt braucht, derzeit. Es geht so tief weit runter. Es geht so tief weit runter. Das ist eine Logik damit. Das ist eine Logik damit. Okay. Zink kann ich relativ wenig anfangen, also... Was ist denn Zink? Ich weiß nicht, Zink ist ja. Ich glaube. Das muss ja sein, sonst kann es ja nicht gesackt sein. Das ist Couper. Das ist Iron. Und hier ist nochmal... Jetzt liegt so viel Copper rum. Das ist ja epic. Erst ein Mining-Turtle bauen und dann... Computercraft müssten wir drauf haben. Das heißt, ich könnte ja einen Defekt... Tüttel machen. Ich finde es schön, dass da Lava ist. Ich weiß schon mal, wo ich Lava finden kann. Hier ist... Das kann ich relativ wenig anfangen. Es sind zwei Etagen und... in jeder Richtung unendlich lang. Hier ist... Das kann ich relativ wenig anfangen. Das kann ich relativ wenig anfangen. Da drückt ein Sambi. Micro. Den brauchen wir noch. Weil... Ärzte, ne? Aber... Welche Röhr bin ich denn? Höhe 40. Ich weiß schon lange nach dir suchen. Aber ich will erstmal... Um es geht, will ich jetzt mal eine Turtle machen. Über die Turtle... Ich weiß nicht. Weil ich ja ein Single-Play-Spieler... Wann ich mich auslogge und wieder einlogge? Arbeit ich noch weiter? Oder muss ich immer wieder neu starten? Musst du Glammer austesten? Hörg jetzt runter. Hallo. Musst du Glammer austesten? Uh... Goldie Aura. Goldie Aura. Goldie Aura habe ich gefunden. Ich kaufe 40 Finament Gold. Auch das ist mir relativ neu. Ja gut. Ist ein Mod Pack. Da ist alles möglich. Wann man schon mit Telekopter Minecraft fliehen kann... Geht das auch? Geht das auch? Jetzt macht der jetzt nicht meine Schatz runterstelle. Oder Hochstelle. Vielleicht macht der dann Sinn. Ich glaube nicht. Das sind zwei Shader Bugs. Also... Vielleicht nix mal. In der nächsten Aufnahme Session. Vielleicht gibt es einen mit Shader. Sieht da nicht aus wie Copper. Aber... Wie sieht so dunkel aus. Ja... Vielleicht in der nächsten Aufnahme Session. Wann ich das denn kriege? Mit Shader. Weil würde ich gerne machen. Weil mich halt sieht einfach mal alle bisschen äh... Schön aus. Wann meine Ramse dazu sagt. Du könnt auch sagen... Ne. Du bekommst keinen Shader drin. Oder du sollst keinen Shader drin haben. Und dann... Kalt der ganze Zeit hier ab. Das sieht doch nicht aus wie Copper. Aber jetzt mal ehrlich. Also... Leute. Ich hab' die. Ganz viele Erzüge. Über die Erzüge. Hab' ich? Äh... Hä? War das ein normales Gold? Oder ist doch tatsächlich, dass es weiter unten... gold gibt es wirklich gold dann würde es sinn machen, dass es hier so weit oben was ist, dass man nur einen goldnagel raus bekommt dann würde es tatsache auch sinn machen meine damen und ja und wieder copper hier vorne ist ja mal ätzend wenn ich auch so viele ideas finde wie copper die haben auch denn weil die ja auch in dance mod treiber ist heißt ich kann auch bis zu drei ideas bekommen auch ohne glück wow, gut gemacht dumme, gut gemacht dumme was die spitzecke kaputt gemacht guten tag ja ja ja, ich kann jetzt erstmal so auslaufen hey es ist ruckig es ist ruckig ich probiere mich dann in mein haus einzubrechen oh hey, warum ruckig das? ich ruckig ein bisschen 90, 91, 92 ja ja ich brauch ein bisschen mehr ram hast du schon mal gesagt? ne ne? warte ich frag nicht na ja ich kann auch mit da rin das geht da auch von mir aus aber der dres kommt oder das, 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 das kann alle da oben da rin wird auch noch ich kann alle zu ner tor weil alle da rin das da kommt da rin Habe ich was das mit einer R zu tun hat, aber ist egal. Hatte ich nicht zwei? Ne, ich hatte zwei Schwerter. Ich hatte ein Tun zwei Schwerter haben muss, soll, kann. Ich erzähle 90% Scheiße, habe ich das schon mal gesagt? Erstmal ein bisschen Fodder durchschmelzen lassen. Gibt jetzt einen Perl. Und gehen erstmal die ganzen Erze ab. Also z.B. wie ein Stack Copper schon, innerhalb von... Ich weiß aber nicht, wie lange ich aufnehme. Ich werde eindeutig meinen anderen Game Rekord weiter benutzen. Also ich benutze derzeit Shadow Player. Und erst ein Tick auf... ...Action-Stein oder sowas. Oder auf... Bandicam. Die Bandicam habe ich runtergeschmissen, muss ich erst installieren. Gut, dann... Ähm... Was ist jetzt? Äh... Genau, Computer Craft. Also Robilen und alles geht auch. Tatsache, das ist super. Farming... Mining Turtle brauche ich. Ich will keine Wireless haben. Mach das Wireless weg und dann passt das auch. Super. Mining Turtle. Super. Ich will eine Mining Turtle haben. Ganz normale Mining Turtle. Super. Hallo. Du... Du... Nee... Oh, jetzt mal gucken, ist das nicht ein Normal-Totel genau, no, 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 bin ich so blöd in meinen Tottel zu sehen, oder was, Axt, Schwert, oder auch nicht, Turtel, dann kann ich die normalen Saphira nehmen, ok, nein, ich wollte gucken wie die Turtel geht, da, Eisen, ne Kiste, Computer, Redstone, Cleanstone und Glass, das heißt da, glaube ich, draußen, finde es super, dass er zwischen mir wieder hängt, bitte hab dich nicht aufbauen, oh, ein Bot, wie man probieren, gucken, ob er sich automatisch wieder fängt, oder ob ich das Spiel abschneide, das muss, ne, er fängt automatisch, gut, ich frag mich warum, ich brauch ein Teil mehr ran, ähm, hey, ist denn da so laut draußen gerade, da, da, also, wenn es geht, noch eine Stunde aufnehmen, das heißt, äh, eine Stunde aufnehmen, also bis 0 machen, oder noch 20 Minuten sogar, ich brauch gleich jede Tür ab, ich bin noch gemorpht, wie konnte ich ein voller hinsetzen, so nicht, ne, zu schnell, muss ich mit der Hand wieder, ich wusste, es ist immer anders, ich wollte gleich nochmal rausgehen und dann nochmal ein bisschen Holz hacken, besser eine Rubberwood, weil, Rubberwood brauchen wir eigentlich, bevor, oh, hier können die bloß zu nerven draußen, ne, ohne Witz, oh, man, oh, man, ich bin mega vergesst nicht manchmal, man sagt manchmal, man denkt wirklich immer, immer vergesst nicht, wir eine Sache machen und die vergesst nicht nochmal, so, das verfahren meistens, mit dir, ich baue die selber fest, meine, oh mein Gott, bin ich, Bester, so, bieder, eindeutig, bieder, äh, rel jetzt einfach mal bieder, einder eting Alter, das liegt manchmal an einem PC, ja? Gut, die FPS sind gerade wirklich miese, weil wahrscheinlich RAM sagt, ey, ich brauche mehr. Ey, wieso, ich kann mit Ultrashader Monster spielen und da reicht ein 4G-Wide-Lockout, ja? Unfassbar. Ich will aber noch das Stück aufnehmen, aber scheinbar... Ist meine Aufnahmeparte voll? Ne, würde mein RAM eigentlich nicht so explodieren. Eigentlich. Gibt es kein Buffet? Ich will die Slash-RAM. Ja, muss ich gleich ändern. So. Ähm. Jetzt hängt jetzt schon wieder. Bäh. Mehr RAM. Ich verspreche euch, Leute, nächste Aufnahmesession. Schaut sich flüssiger laufen wollen. Mehr RAM. Es bleibt ja konstant bei 90 oder was? Jetzt muss ich mal wieder runter gehen. Warte mal. Options, Video-Settings. Guck mal, ich habe es doch schon auch runtergestellt. Ich habe eine kleine Idee. Ich habe eine scharpe kleine Idee. Ähm. Manchmal hilft es ja, wenn man es höher stellt. Ich glaube nicht, dass meine Sicht der App besser konstant bleiben. Und ich mache mal die Animation aus. Ja, ich gucke den eigentlich nicht. Ähm. Siehst du? Jetzt, äh. Jetzt röckelt es immer noch. Äh. 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 Sorry. Wie viel Pink hat ich gerade? Chance in 400... Äh. 5. Super. Blöck mir. Äh. Ah, komm. Ich... Ich... Ich mache Aufnahme, Brot. Oh Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Nächste Mal ohne... Oder weniger, Alex. Das verspreche ich euch. Ohne sie mit uns. Nächste Mal. Nächste Mal. Oder weniger, Alex. Ich werde es so cuten, dass ihr die ersten Folgen vielleicht zwei Parts oder wie so habt. Aber ich habe ja keine Stunde aufgenommen. Oder länger. Da sehen wir uns... Nächste Mal. Adios Amigo.